Oh, ich hab ihn! Mein Schatz, mein Schatz! Finish! Geht doch. Clear! Oh je! Was haben wir hier? Wüstensprint! Gut, wenn man's nur mit dem Computer macht, ist es leicht. Star! Weil der Computer wirklich das macht, was man selber auch tut. Aber wenn man das denn wirklich mit einem menschlichen Partner macht, äh, finde ich, das ist schwieriger. Da man sich wirklich absprechen muss. Und dann passieren wirklich mal ein paar Fehler. Großes Tau ziehen. Oh, na toll. Ich sag mir nicht, dass ich links... Oh, nein. Das hasse ich. Als wenn das Drehen schon nicht schlimm... Schlimm genug wär. Oh, geht! Nein! Mann! Oh! Finish! Also, wenn ich nach diesem Spiel keine Blasen bekomme, bin ich gut. Mann, meine Handflächen! Was haben wir hier? Schiefe Türme! Auch wieder so ein ekelhaftes Spiel. Da darfst du hier nicht zu früh und, äh, nicht zu spät. Das ist nämlich immer so eine Sache. Ah! Ich bin früher immer oft darunter geflogen. Aber wir werden hier erst mal speichern. In späteren Levels werden die Mini-Spiele zunehmend schwieriger. Ach, der ist auch fertig, ob der... Vorgensweise... Äh, natürlich. Machen wir noch immer. Ah, Pop-Abfahrt, ooooh. Gern mal auf! Und? Ready? Go! Ja-hooooh! Yoshi! Yoshi, die holen wir doch ein! Wir nehmen die Hända! Wuhuuu! Sag mal... Ey, wie versuchen die einen abzudrängen? Was? Na... Ashley! Na... Äh... Wenn ihr mal einen Kurzsprung machen wollt! kurz vorm Ende. Einfach mal kurz in den Abgrund jumpen. Ja, okay, was heißt in den Abgrund jumpen? Ihr sprengt einfach drüber. Es war nur ein kleiner Jump, aber es ist machbar. Also hier. Also wenn ihr nur knapp hinten liegt, dann kann das mal ja auch hilfreich sein. Zwar nicht immer, aber manchmal. Das kann euch manchmal sogar in den ersten Platz bringen. Es kann, es muss aber nicht. Oh, Skateboard-Fieber. Außer echt gemein gespielt. Wir sollen ins Ziel kommen und um den Level zu melden. Aber das ist leider gesangener als getan. Hey! hey! Äh, entschuldigt, dass ich gerade so wenig rede, aber das ist wieder ein Spiel, wo man sich ganz stark konzentrieren muss. und... finish! Ey! mehr! Warum hat dieses... Das geht doch gar nicht. Okay, ich meine, das ist meine Art, immer so kurz vorm Ziel noch zu springen, aber... Oh, sie hilft das nicht wirklich. Ich weiß nicht, früher hat sie mir geholfen. Na komm, Ari, komm, 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 komm! Oh, endlich! Oh, Mann. Jetzt kommt noch so ein Blödspiel. 3-7, Wahnsinn, na toll. Tret den 2-Team zu einem 3-7-Wettrenner an, alles klar. Beschleunigen, Kurven, bremsen, okay. An für sich ist es ja nicht schwer. Aber... Na... Ah. Oh, ja! Oh, wie sehr war es? Oh, ja! Oh! Oh, Geisterraten! Cool! Ja, ja! Geisterraten war nicht schwer. Vor allem, es steht schon als Tipp, er bewegt sich als Erste. Anfänglich ist es schwer. Aber je dichter sie kommen, umso besser. Warum? Ich danke... Nein! Doch! Ich habe schon gedacht, ich habe den Armeen berührt. Finish! Clear! Wenn einer das Er herausfindet, dann viel Glück, aber ich sehe es meistens erst kurz vorher. Wollen wir ihn aus? Natürlich, wollen wir ihn aus. Okay, ich würde sagen, wir gehen erst mal zur Welt 5 und speichern auch ab. Ich finde aber, das wird durch die Minispiele jetzt ein sehr kurzes Let's Play. Aber egal. Gestrandet! Gestrandet ist nicht schwer, aber wenn man hier mal an einer ganz anderen Stelle steht, dann ist es scheiße. Oh! Ha! Zu früh! Unfall! Das schlimmste ist er! Man muss 30 Minispiele holen! Deswegen würde ich sagen, man sollte sich nur auf diese Truhen beschränken. Nein! Hol noch ein, Mario! Ja! Hol ein! Hol ein! Du bist kein Gold! Ein! Oh! Finish! Man! ein Spiel, woran der N64-Controller immer leiden musste. Aber ich hab's geschafft. Kann, der war. Geil! So, wie war's nochmal? Die Fahnen hochhalten ist klar. Das ist mir schon klar. A, weiß, B, rot. Gut. Kriegen wir hin. Wer geht als erstes baden? Ich tippe auf Peach! Mensch! Hahaha! Sag ich doch! Peach, du bist einfach zu dem nicht! Ich sage Donkey Kong! Komm, Donkey Kong Mach mir die Freude Oh ja Ach, entschuldigt Aber geschafft Oh Mann, aber ich kann gut raten, dass der und der als erstes rauskommt Kugelchaos Das war auch eins meiner Lieblingsspiele Doch wenn du vier Computergegner hast Äh, drei Computergegner Dann hast du eigentlich schon verloren Oha Ah 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 Man? Ja! Ja, geht doch! Wie ist das? Clear! Wee! Und ein weiteres Level Up! Schatztauche! Na, wie viele Münzen muss ich haben? Ja! Welche Schatzformen bin? Aha, 10 Münzen! Gut! Start! Oh, Wario, bist einfach zu wenig für diese Welt! Selbst Donkeys und Donkeys! Hui! Es wäre schön, wenn ihr aus dem Weg gehen würdet! Na komm, dreh nicht halt! Komm, komm! Hi! Ich hab genug! Ich hab genug! Egal! Ich bleib lieber hier unter Wasser! Clear! Und ich film mir das gerade hier! Gatte End 19! Oh, yeah! Geil! Haben wir nur noch! Kanon-Insel! Ja! Haltet durch, bis die Zeit abgelaufen ist! Okay! Ich muss auch nicht mal an deinen Runterschauen! Cool! Anführungszeichen ist es einfach, wie wenn die Computergegner mal mitspielen würden! Ah, wenn...